Es geht in den Wald. Willkommen zurück zu Jack 2 Renegade. Das könnte ja vielleicht mal eine etwas nettere Welt sein. Eine etwas auch einfach schönere Welt optisch. Oh. Ja, well, das wollte ich jetzt nicht. Aber gut. Moment, ich kann in meiner Superform jetzt hier... Das wollte ich eigentlich gerade benutzen. Ja, ich konnte in meiner Superform leider nicht einsteigen. Und ja, jetzt habe ich das Ding auch noch zerschmettert. Super. Und jetzt bin ich ja noch in die Grube gefallen. Es wird immer besser hier. Wo waren wir hier gerade zum Benutzen? Da oben. Komm mal her. So, wo ist denn der Wald überhaupt? Ist der auch bei dem Bergtempel da? Oder ist das sogar das Zähne? Egal. Ich muss offenbar wieder mal woanders lang. Ja. Weil du uns hilfst, darfst du uns sogar behalten. Ja. Das sind aber auch solche Arschgeigen. Mein Gott. Okay, wir haben also ein lustiges Hoverboard. Oder Jetboard. Oder wie hat es das genannt? Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja gut, komm, da geht es offenbar auch lang. Dann fliegen wir doch mal da lang. Und ach, das Ding ist so schön schnell. Die suchen mich auch nicht mehr. Es ist gerade ein bisschen nett. Ich guck doch nur auf meine Kack-Mini-Map. Könnt ihr nicht mal auch ein bisschen drauf achten, wo ich lang fliege? Ich beschütze euch hier. Oder versuche das zumindest. Einmal da lang. Okay. Ich meine, das hat ja irgendwie schon seinen Charme hier, die ganze Zeit lang fliegen zu müssen und sowas. Aber auf der anderen Seite, ja. Ein Porten wäre halt irgendwie schon mal angebracht. Ja, wir haben noch einen Großteil des Spiels vor uns, aber... Aber ich bin tot. Lande ich wieder bei Thorn. Nein, immerhin lande ich beim Bazaar. Was allerdings auch ein bisschen kacke ist. Weil hier unten zumindest gerade habe ich keinen Zugriff. Auch so ein tolles Schiff oder Gerät. Aber ach, hier kann ich hoch. Das ist natürlich etwas anderes. Komm mal her, du. Siehst nach einem netten Schiff aus. Okay. Ja, ja, hier war eine Menge grün links und rechts. Dachte ich mir schon, wenn dann geht es hier lang. Einfach weiter hier. Aber hier in der Gegend war auf jeden Fall auch der Bergtempel. War da jetzt... Ja, ich meine, beim Bergtempel gab es noch eine Schleuse. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Irgendwas, wo wir dann noch nach rechts weiter konnten vom Eingang. Wenn wir da runterfahren. Also könnte das gut sein, dass wir vielleicht auch wirklich dahin jetzt nochmal zurück müssen. Dass da noch ein Wald vor uns liegt, den wir jetzt betreten können. Weil das Symbol an sich gab es halt schon mal. Wenn ich mich nicht täusche. Das sieht mir auch gerade sehr nah danach aus, dass wir wieder genau da hinkommen. Oder zumindest sieht es hier sehr ähnlich aus. Wir sollen wieder genau da hin. Okay. Ja gut. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht finden wir jetzt eine Möglichkeit, an die Orbs zu kommen. Ich wollte gerne aussteigen, aber ich habe die falschen Tasten gedrückt. Mal wieder. Wie aktivieren wir das denn, frage ich mich. Können wir das jetzt jederzeit einfach... Jetzt weiß ich, wie wir das öffnen können. Okay. Wir können jetzt einfach mal versuchen, die Lebensmüde runterzuspringen mit dem Ding. Das lasse ich aber lieber mal benutzen. Kann ich damit vielleicht über Sümpfe und so einen Scheiß fahren? Ich meine, es ist ein Jetboard gedöhnt. Ein Board. Und es muss ja eigentlich gehen, oder? Es würde mich dann nämlich doch schon bei diesen lustigen Würfelnetzen weiterbringen. Aber apropos weiterbringen. Das sieht mir sehr nach weiterbringen aus. Aber will ich das? Mal gucken, wo mich das jetzt hinbringt. Das sieht einfach echt exakt so aus wie so eine Fahrt in so eine Death Route bei Crash, ne? Schön. Oh, was soll ich hier töten? Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Also, im entferntesten Sinne Metallschädel, ne? Luchs wahrscheinlich. Och, das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön und friedlich aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt, weißt du? Aber es ist aber schön, dass ich so eine schöne Welt jetzt tatsächlich dann auch verbinde mit dem Jetboard, weil ich mag beides. Also schöne Welten und das Jetboard. Vermeintlich schöne Welten. Ich weiß auch noch nicht, wie schön die wirklich wird. Ja, und hier haben wir direkt ein Orb. Wunderbar. Och ja, also die Welt ist definitiv schön. Das wird eine der Welten gewesen sein, die Tobi meint. Definitiv. Das sieht einfach schön aus. Und ich glaube, die wird halt auch wirklich schön. Wenn gleich ich schon so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das hier ganz schön unübersichtlich werden kann. Kann ich auch einfach in die Luft springen und dann wieder das... Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Kann ich hier tauchen oder... Ich glaube, es ist einfach irgendwie nur ein Fehler. Ich soll hier nicht wirklich hin. Sieht man schon. Nein, ich wollte nicht schießen. Ja, okay. Das ist ja wie ein Jack-1 hier. Wundervoll. Da überlege ich doch gleich mal hier ohne Bord zu bleiben. Ja, ja, das lohnt sich. Also das nehme ich natürlich dann gerne direkt mal mit. Und guck mal, da oben ist doch schon der erste von den Typen, die wir zerstören sollen. Ich hoffe, der sieht mich nicht und attackiert mich oder so einen Scheiß. Befürchte es aber. Er ist eben schon mal weggeflogen. Mit Anpirschen ist hier nichts und wir haben schon wieder Spyro-Musik. Alles klar. Ah, die haben wir da leider nicht... Also die Weizsicht ist jetzt hier auch nicht so krass, dass wir die schon von weitem sehen können. Aber ich meine gut, sonst wäre das jetzt auch überhaupt keine Herausforderung, die zu sammeln. Die, die unter Wasser sind. Sind wir hier mal hergekommen jetzt gerade? Naja, wir haben hier auf jeden Fall noch einen Orb übersehen, wenn es der Fall ist. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf die Hauptmission konzentrieren. Aber es ist auf jeden Fall richtig cool, dass wir jetzt mit dem Ding einfach mal ein bisschen rumcruisen können und so. Das ist schon eine sehr nette Sache. Achso, das wollte ich nicht. Aber muss ich die verfolgen? Vielleicht sogar mit dem Jetboard? Ich vermute es, ja. Ah, ich kann aber während dem Jetboard, während ich auf dem Jetboard bin, nicht schießen. Wie kann ich das Jetboard denn wegpacken eigentlich? Ach, mit der gleichen Taste. Ach, du Scheiße. Also die attackieren mich wahrscheinlich eher nicht, sondern das sind halt eher so einfach Fluchttiere. Wie soll ich den treffen? Also ich glaube, das wird eine gute Kombination werden aus beidem. Aber so schnell kann ich das Ding gar nicht wegpacken. Vielleicht attackiert mich das auch doch oder auch nicht, oder? Das war es auf jeden Fall schon mal mit meiner blauen Munition. Alter. Hm, ja gut. Und es könnte durchaus schwierig werden. Wo ist denn das Ding? Jetzt da ist das Ding. Bleib doch mal bitte stehen. Wäre das möglich. Der hat auch eine gewisse Route, die einfach abfliegt, oder? Scheiße. Aber ich muss den schon abschießen, oder? Oder muss ich ihn irgendwie fangen? Ah, er ist tot. Okay. Keine Ahnung, ob da noch irgendwie ein Schuss von mir war oder was. Aber wir haben, ja. Also wir müssen uns auf jeden Fall mit unseren Waffen töten. Oh Gott. Ich hoffe, hier sind einige Munitionskisten versteckt, weil sonst wird das, äh, ziemlich kritisch. Ah, hier könnten wir langgrinden. Okay, alles klar. Was gibt's hier noch? Hier gibt's eine schöne Treppe. Oder Leit, oder? Ja, doch. Treppe. Ah, Munition. Das ist schon mal gut. Ich hab nichts gesagt. Leckt mich. Was soll das? Ich würde mich hier verarschen. Okay. Kannst du echt nicht schießen, oder? Warum nicht? Warum kann ich nicht so nach unten ziehen, wie ich das möchte? Ja, das war jetzt auch schlecht. Ey, das wird ja die Hölle. Muss doch irgendwie schießen können. Erzähl mir doch nichts. Dann muss ich den vielleicht doch eher verfolgen und quasi totfahren. Ich versuch das mal. Ob das irgendwie geht, dass ich den quasi erwischen kann und dann totspringen kann. Das macht mehr Sinn. Ja, sehr schön. Dann macht das auch mehr Spaß vor allem. Okay. Sehr schön. So ein bisschen Eierdiepen-mäß. Das ist ja eher so wie diese komischen... Ja, weiß ich nicht. Was waren das denn alles für Wesen, die man da so fangen musste? Irgendwelche komischen Füchse oder so. In Spyro 3 vor allem. Und wieder so ein bisschen Spyro-Einfluss, ne? Weil ich keine Ahnung habe, wann diese Spiele rauskamen. So, das wird unser nächstes Ziel sein, hier der Kollege. Ich muss aber erstmal wissen, wo der überhaupt lang eiert hier. Äh... Okay. Komm, los, du bist doch fast dran. Komm. Ja, sehr gut. Zwei noch. Also das macht echt Spaß. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht so ganz gesehen, wo es bisher überhaupt noch weiter ging sonst für uns. Und so ganz gemeistert habe ich dieses Ding natürlich auch auf jeden Fall noch nicht. Vor allem, weil ich jetzt mit den Tricks alles schon wieder vergessen ab und zu. Ah, guck mal. Hier geht es auf jeden Fall noch lang. Hier dürften wir noch nicht gewesen sein. Oder ist das wieder der Anfang? Das sieht mir sehr nach dem Anfang aus, ja? Aber hier ist... Hier ist auf jeden Fall jemand. Hallo. Bist du Marcel Davies? Hoffentlich nicht. Ja, ich dachte eigentlich, das macht mich ein bisschen schneller oder so, aber... Hat mich gerade eher langsamer gemacht. Komm. Ja, äh... Nicht sein Ernst. Und jetzt... Ja, natürlich. So richtig Spyro-mäßig. Jetzt läuft er natürlich andersrum. Das ist klar. Aber das wird ihm nichts bringen. Zumindest über kurz oder lang. Eher über lang, wie es scheint. Und nein. Oh, Mann. Aber das ist... Ja, okay. Das war, glaube ich, generell ja die Bergtemple-Musik hier, oder? Weil das hätte auch eigentlich schon einen schönen eigenen Wald-Track verdient, finde ich. Der ein bisschen waldiger auch einfach klingt. So harmonisch und so. Ich meine, klar, hier sind Metallschädel, die wir jetzt hier verfolgen müssen und sowas, aber... Das ist doch einfach idyllisch hier. Für Jack-2-Verhältnisse vor allem. Okay, okay, okay. Diese kleinen Flusspassagen. Da könnte so gut noch überall ein Orb im Wasser sein. Es ist auch echt fies, dass diese... Schmetterlinge hier so... Orange sind wie die Orbs. Hier war ich auf jeden Fall vorhin schon mal, aber ich... Wollte nochmal gucken, ob ich hier nicht doch vielleicht noch irgendwas machen kann. Ich hab ja schon mal welche bei... dem allerersten Level, diesem Strand da, übersehen. Hinter dem Wasserfall. Hier bin ich vorhin mal langgefahren, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich hier schon mal so in der Form war. Ja, da bin ich doch gerade die ganze Zeit langgefahren, oder? Ich könnte euch nicht sagen, wo der Eingang war und alles. Das war ein Schmetterling, ne? Ja, das war ein Schmetterling, okay. Soll ich hier nochmal ins Wasser? Guck mal, da ist der letzte. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich hab nämlich... Achso, da ist ein Baumstammling, den hab ich gar nicht gesehen. So, perfekt. Es wird jetzt hier so eine kleine Grind-Challenge. Offenbar. Ja. Also, definitiv... Sieht's nach dem Schwierigsten aus. Von der reinen Handhabung her, des Bordes. Zieht der noch durchs Wasser? Oder zumindest... Ja, ich wollte schon sagen, kann ich den überhaupt kriegen? Ja? Offenbar schon. Ist das Ding jetzt oben gelandet? Sehr gute Arbeit, Jungs. Kommt zurück zum Versteck. Ich hab eine neue Aufgabe für euch. Ich würd gern hierbleiben. Darf ich nicht? Warum nicht? Ähm... Kann ich irgendwie... Ich... Muss doch hier... Ach! Na gut, dann halt nicht. Achso, hier komm ich übrigens viel schneller hoch, als ich gerade vorhatte. Oder hab ich das... Ich hab das Ding offenbar eingesammelt. Es ist zumindest nicht mehr da. Ich stell mich aber auch gerade extremst dumm an. Ja, hier liegt nichts mehr. Okay, dann werde ich das Ding wohl eingesammelt haben. Oder es ist einfach verpufft. Jetzt ist trotzdem die Frage, wo ist überhaupt der Eingang gewesen? Ich weiß es nicht. Hier drüben irgendwie, das sieht so nach Eingang aus vielleicht. Keine Ahnung, was ich da gerade für einen Stunt gemacht hab. Ah, hier ist ein... Ja, wunderbar. Weißt du, ich hab noch gesagt, ja, soll ich dann nochmal langfahren? Ich hab's nicht gemacht. Gut, dass mich das Spiel da aber irgendwie trotzdem hingebracht hat. Man, hier können noch einige sein im Wasser, aber... Jetzt kann's schon mal einer weniger sein. Oder jetzt ist es einer weniger. Hier ist noch einer, schön. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, hier nochmal lang zu tauchen. Ich muss ja sowieso erstmal den Weg finden, wo ich überhaupt zurückkomme. Aber hier hab ich jetzt, glaub ich, die ersten so gefunden, oder? Haben wir irgendwie eine Karte, auf der wir jetzt ungefähr sehen können, wo ich hin muss? Ich bin da. So weit weg sind wir? Echt? Krass. Ja, okay. Kam mir auch gar nicht vor wie so ein richtiger... Ja, okay. Cool. Ähm. Da hoch, oder wie? Oder was? Oder... Warum haben wir hier eigentlich keine Minimap? Und warum ist da hinten noch ein Ob, den ich nicht gesehen hab? Nice. Also hier hab ich auch mitnichten alles gesehen und erkundet. Aber ich hab dafür schon durchaus einige Orbs gefunden. Also ich glaub so insgesamt her, das ist doch eins der Level der größten Ausbeute, was das angeht. Stimmt, ich bin glaub ich gar nicht da lang gefahren irgendwann mal, oder? Oder hab ich da mal jemanden verfolgt? Das kann auch sein. Doch, ich glaub einen hab ich hier verfolgt, ja. Hier werde ich schon mal zumindest irgendwie gewesen sein. Wir sind auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg. Aber irgendwie interessiert's mich grad doch hier mich nochmal so minimal umzuschauen. Ob hier nicht doch vielleicht noch ein Orbs spontan gefunden werden kann. Okay. Hier. Da bin ich mal lang gefahren, ja. Ich erinnere mich, da möchte ich grad noch nicht wieder lang. Lieber nochmal da oben kurz. Aber ich glaub da hab ich auch einen verfolgt und dann ist das Gebiet so gesehen auch verbrannt hier. Ja. Auf der Karte, kann ich von hier aus noch woanders hin oder will ich jetzt nur hier lang? Äh, ja, okay, das ist dieser Weg. Okay, ja, dann kann ich nur da lang. Okay. Dann machen wir das. Und dann sind wir jetzt auch... Jetzt haben wir gleich wieder die Möglichkeit, zurück zum... zur Stadt zu gehen. Ja genau, das ist der Anfangsbereich, absolut. Das ist korrekt. Hier sind nur Schmetterlinge, okay. Ja, ich glaub hier möchte ich mich dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig nochmal umschauen. Also gar nicht. Vielleicht hier nochmal kurz ein bisschen lang surfen, ob hier nicht doch nochmal ein Orb ist. Aber ich glaub das Wasser ist hier auch zu seicht dafür. In diesem Teil des Waldes. Er wird vermutlich eher nichts sein. Wasserfall haben wir abgeklappert. Ja, dann denke ich können wir das auch... ganz gut erstmal wieder verlassen. Da drüben ist das. Ja, schön. Also, sehr schönes Gebiet. Mindestens mal für die Orbs muss ich nochmal zurückkommen. Geh ich mal von aus, aber... Vielleicht kommen wir nochmal im Laufe der Story hier hin. Das fände ich jetzt nicht dramatisch. Und dennoch frage ich mich gerade, ob wir nicht mal kurz einen Blick auch reinwagen wollen. Es würde mich halt interessieren, wir können ja jetzt hier auch durchs Wasser fahren. Also durch dieses Wasser. Theoretisch müsste es doch dann auch möglich sein, an die anderen Orbs da ranzukommen, oder? Oder es war jetzt halt irgendwie Gift oder sowas, aber müsste doch möglich sein. Und ich glaub mit dem Hoverboard könnten wir doch jetzt auch in der verlassenen Stadt, wo wir da jetzt neulich waren, die zweite richtig beschissene Mission in Folge, die wir da gemacht hatten. Mit den Kackmetallschädeln da. Aus der Ferne und sowas. Da müssten wir doch jetzt auch eigentlich rankommen, oder? Deswegen, also das scheint ein Door Opener zu sein für viele Sachen jetzt mal. Und da möchte ich mich jetzt einfach mal vergewissern. Das Problem ist... Stimmt, genau, das weiß ich auch immer noch nicht. Da komm ich noch nicht hin. Da nach links, äh nach rechts. Also im Endeffekt müssen wir da sowieso nochmal hin. Wie schnell kamen wir denn jetzt auch hin, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Ich möchte es einfach mal testen. Wie viel Zeit haben wir noch in dem Part? Wir haben jetzt, glaub ich, 18 Minuten, ne? Ungefähr. Hm, naja. Können ja mal kurz gucken, ob das kurz möglich ist. Und wenn nicht, dann... Dann werde ich das halt nicht tun. Und einfach weitermachen. Die nächste Mission und allem. Ah, hier ist ja halt wieder der ganze Weg so. Aber war das nicht dieser Weg sogar? Ich glaub, das hier war der letzte, den wir gegangen sind, oder? Und ich mein, es war der letzte Weg. Also, es war auf dem Weg zum dritten Teil, glaub ich. Also, ich würde vermuten, wir sind hier richtig, an sich. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Abkürzung gab. Aber bin ich nicht am Ende einfach nur runtergesprungen? Ich glaub schon. Ich glaub, da gab es keine Schwebeplattform oder sowas. Ja, so Leute sind jetzt auch kein Problem mehr mittlerweile. Ich laufe jetzt einfach mal weiter, ganz ehrlich. Wobei, hier ist ja auch überall schon Grütze. Ach, Leute, guck mal, sag mal. Guck mal. Wenn wir von hier aus runterspringen, dann kommen wir ganz gediegen an die Orbs. Alles klar. Hier hab ich jetzt keins übersehen bisher, ne? Ach, nee, das ist... Das ist eine andere Stelle sogar. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich dachte, ehrlich gesagt, das wäre jetzt genau die Stelle, die ich suche. Ist es auch? Irgendwie? Okay. Jetzt bin ich grad maximal verwirrt. Ich bin auf jeden Fall auf nem Orb-Pfad. Alles gut. Ja, es führt mich, glaub ich, jetzt genau dahin, wo ich hin möchte. Das ist aber ein cooler Pfad hier. Ich möchte auch gerade gar nicht mein... ...Surfbrett benutzen. Ich bin verwirrt. War das wirklich der Pfad, wo ich hin wollte? Oder war das jetzt nochmal ein Zusatz... Das war ein zusätzlicher, oder? Hm. Eigentlich wollte ich gerade nämlich da, wo ich war, mit meinem Surfboard einfach mal versuchen, durch die Grütze zu fahren. Auch wenn das halt böse Grütze ist. Aber... Das war ja eigentlich mein Ziel. Aber wir haben Orbs gefunden. Also, umsonst war das hier nicht... Bin ich jetzt hier... Ja, ich bin hier runtergesprungen, aber ich kann auch wieder hoch. So, hier will ich nicht runter. Das ist unnötig. Ja, krass, ey. Aber das ist ja offensichtlich nicht der... Kann ich? Kannst du, Jack? Er kann. Alles klar. Alles klar. Ja, wie gesagt, Door-Open, ne? Ja, hier. Genau hier. Hier, genau. Hier, genau. Hier, 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 hier. So. Und jetzt einmal da rüber. So, ist ein anderer Weg. Sind aber auch mindestens mal zwei oder drei Orbs. Drei sehe ich schon mal. Sehr schön. Pack mal bitte weg. Geil. Schön. Ist da auch noch was? Ach so. Hä? Es sieht mir ja doch wieder danach aus, wo ich gerade herkomme. Aber es ist nicht so. Es sieht alles so gleich aus und alles. Ne, hier bin ich. Ja, okay. Jetzt bin ich tot. Okay. Ich bin auf jeden Fall wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich das schlecht finden soll, weil ich habe ja eigentlich meine Sachen gefunden, würde ich behaupten. Oder? Ist da unten jetzt nur Grütze oder ist das generell tot? Da ist tot, oder? Oder ist das Grütze? Nee, es ist tot. Äh, also ich würde sagen, ich muss da jetzt gar nicht weiter forschen. Ich wollte nur mal ein bisschen gucken, da die Gegenauskundschaften, von denen ich wusste, und ich wusste eigentlich nur einen und habe zwei gefunden. Es hätte nicht besser laufen können in den drei Minuten. Äh, ja. Nehme ich direkt mal mit. Mit dem Wissen, natürlich. Und das ist eigentlich das Wichtigste schon. Dass ich offenbar jetzt auf jedem Gewässer fahren kann. Und wenn ich irgendwo mal einen Ort gesehen habe, wo ich nicht durch die Grütze kam, aber Orbs gesehen habe, dann weiß ich schon mal, dass ich damit jetzt da hinkomme. Also, das ist cool. Und ich habe natürlich generell die Gewissheit, also auch gerade hier, wenn ich jetzt hier mal so nicht direkt ein Gefährt finde oder sowas, ich kann hier einfach ein bisschen rumcruisen. Mit meinem Board. Bis ich dann auch mal hier so ein Teil leihen kann. So, ich habe jetzt mehrere Optionen, ist das richtig? Lass mal schauen. Überprüfe den Bazar, okay, und sprich mit dem Schatten. Also, der Schatten ist bei, ja, genau, der Schatten ist bei Thorn, alles klar. Der Gute, äh, ja, ist er noch gleich. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Hier ist Crew. Meine Kundin vom Rennstadion hat mir gerade erzählt, wie gut du mit dem Jetbot bist. Laut meinen Informanten ist gerade eine Ladung Abhörgeräte für die Crimson-Garde im Hafen angekommen. Diese Dinger dürfen nicht eingesetzt werden. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Flieg mit dem Jetbot zum Hafen und zerstöre alle Gisten der Crimson-Garde. Aber pass auf, wenn du in den Verteidigungsbereich kommst. Ist das eine Side-Quest oder wirklich eine Haupt-Quest? Haben wir das jetzt markiert überhaupt, so und alles? Naja, zerstöre die Fracht im Hafen, okay. Ich will jetzt aber natürlich erstmal zum Bazar, weil der müsste ja hier in der Gegend sein. Und dann können wir erstmal zum Schatten. Oh, shit. Alles klar. Äh, Samus. Samus. So. So ist der Typ. Der Shuttle. Äh, warum ist jetzt der... Achso, ne, der Bazar ist nicht weg, aber der Bazar ist... Oh, woanders. Lass mich meine komischen Geräusche machen. Okay. Äh. Ja, gehen wir ohne Schiff hin. Ohne Flugteil. Was war überhaupt die letzte Mission, die ich für diese Person machen sollte? Es ist schon so lange her, wir sollten auch gar nicht zu der zurück. Lustigerweise. Und das ist zwar auch einfach nur dumm, dass ich da nicht irgendwie mal irgendwas gemacht hab. Hey, wie läuft's denn so, Süße? Verschwindet. Das ist Sache der Crimson-Garde. Einer von Vins Echo-Panzern kommt aus dem Ödland zurück. Aber die Übergabe war wohl nicht ganz erst rein. Der Fahrer hatte Angst. Wir checken das mal. Nur zur Sicherheit. Können wir dir helfen? Ich schaff das schon. Oh, ein Literal für Metallschädel. Verdammt. Wir sind allein. Wir müssen die Metallschädel ausschalten. Ich komm grad... Schalten wir sie uns. Äh, was? Nein, ich will nicht das Board haben. Ich will meine Waffe haben. Alter Vater. Energie vielleicht? Lebensenergie so? Nein? Okay. Super. Das ist schlecht. Ähm. Muss ich jetzt wieder da hinlaufen? Offenbar. Weg mit euch, Leute. Ich komm grad mit meinen Tasten überhaupt nicht klar. Ja, jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Super. Und dann geht erstmal wieder die Cutscene los und dann kann ich arbeiten. Na ja, so. Okay. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie jetzt hier will und alles. Und, ähm, die hat ja offenbar jetzt die Garde unterstellt. Das ist ja sehr interessant hier alles. Liegt gar nichts. Und wir haben gerade irgendwie tausend Missionen, die wir machen könnten und machen sollen. Aber als erstes müssen wir jetzt zwangsläufig diese Metallschädel erledigen, wenn wir denn zum Orakel arbeiten, zum Bazar oder was auch immer. Nein. Ach, das letzte war doch die Artefakt aus dem Bergtempel sogar, ne? Und jetzt kommen wir quasi aus dem Bergtempelgebiet zurück. Und jetzt haben wir hier was. Das ist ja sehr interessant so von der Reihenfolge. Ja, ja, beim Skippen hab ich natürlich wieder die Untertitel ausgestellt, weil... Das ist ja Dreieck. Das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Wer hat sich denn so einen Schwachsinn einfallen lassen? Warum sollte man während einer Katze nie Untertitel ausstellen wollen? Warum? Und das macht halt keinen Sinn und vor allem kann man sie wahrscheinlich nicht wieder einstellen sogar. Also, während der Katze. Ja, und jetzt frage ich mich, was hat mir das jetzt gebracht oder alles? Habe ich jetzt ne Folge-Mission dadurch oder? Ist ja das einfach so, ja, hab ich gemacht. Na gut. Okay, dann. Aber das ist schon ein grüner, leuchtender Punkt. Muss ich ihr jetzt da irgendwie hinfolgen oder irgendwas? Ich werde das auf jeden Fall mal überprüfen, was da jetzt der grüne Punkt ist. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was nicht verstanden... Also, ich hab irgendwas nicht verstanden, das ist auf jeden Fall. Aber ich laufe jetzt auf jeden Fall, oder ich fahre jetzt auf jeden Fall zum grünen Punkt und gucke einfach mal, was da auf mich wartet. Also, ob da diese Eschlin auf mich wartet, oder... Äh, das war doch Eschlin, oder? Äh, oder irgendwas anderes, oder gar nichts, oder... Machen wir mal. Und hier war ich auch noch gar nicht in dem Gebiet. Auch mal ganz schön zu sehen. Weil es auch ein eigentlich ganz schönes Gebiet ist, also, was man am Anfang sehen konnte, und es bestätigt sich. Da haben wir jetzt ganz viele grüne Punkte. Ist das die Fracht, die wir beschützen sollen? Ah, bin ich jetzt hier bei... Bin ich jetzt hier bei... Nicht bei Toren, weil... Ah, dem anderen Spacko. Ja, bin ich. Ich bin jetzt quasi durch das Haupttor gekommen. Ah, cool. Ja, und hier ist die ganze Fracht, ne? Das ist das, was hier mir grad markiert wird, diese Frachtbeschützen und so. Bla. Ja gut, das hab ich aber eigentlich sowieso nicht mehr in diesem Part jetzt vor. Das heißt, das können wir dann schön beim nächsten Mal machen. Vielleicht gehen wir jetzt einfach mal gerade zu... Ähm... Mein Gott. Ich hab's ja jetzt die ganze Zeit gewusst zu... Fuck, ey. So ein Typ hier rein, damit wir vielleicht irgendwie eine Art Speicherpunkt haben oder irgendwas. Wir können gar nicht rein. Komm, wie heißt der? Ich... Jedes Mal. Schon ein bisschen her, dass wir bei dem waren, hm? Crew. Mein Gott. Ist halt so dumm, weil der mit K geschrieben wird. Das vergesse ich irgendwie. Warum auch immer. Ja, okay. Wir müssen wahrscheinlich am nächsten Mal wieder den Weg hier laufen, aber ist mir egal. Ich speichere jetzt hier ab. Bin mal sehr gespannt, wie viele Prozent wir jetzt haben. 42 vielleicht oder sowas in die Richtung. 41. Hey, ich war nicht schlecht. Schön. Dann speichern wir hier das Ganze mal. Und gucken nochmal auf die Statistiken. Wir haben jetzt 46 Orbs mittlerweile. Das, äh, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ja, und 41 Prozent. Also, wird langsam. Mit 35 haben wir heute die Aufnahme angefangen, glaub ich. Oder 36. Äh, 36. Ich weiß nicht, was hier noch stand vorher. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Bin gespannt, wie's weitergeht. Und freu mich drauf, wenn's denn besser wird als beim letzten Mal. Und ich glaub schon. Also, jetzt die, die zwei Missionen, die wir heute mal erledigt haben, die waren halt wirklich teilweise sehr Kappe. Äh, Kappe. Kacke. Oder Kappes, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.